so jo hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja heute mache ich mal bei dem format visker buzzer gibt euch die chance 3.0 mit leute oh ja ich hoffe das video wird geil oder euch gefällt mache heute mein live commentary denkt euch nix macht mit ich mache es mit facecam natürlich und ja ich habe da wirklich hart geswertet wie sich gehört also jetzt habe ich nicht so viel im live commentary aber ich hoffe das stört euch nicht hart geswertet habe ich und ja dann passt es zieht euch rein und dann sehen wir uns beim live commentary wieder und ja bis gleich 5 4 3 2 1 hey jo was glaubt leute herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal und heute ist mal ein live commentary angesagt ist schon ewig als ich das letzte mal ein normales live commentary gemacht habe aber heute ist auf jeden fall mal wieder zeit dafür oh mein gott nein die nate alter glück gehabt so gut versuchen paar catcher kills zu machen nein 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 bitte nate erwisch mich nicht oh mein gott jungs was ist hier los was ist hier los alter ich bin schon auf dem weg zum ordi so jo hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute mal mit facecam ist auch mal was ganz anders jetzt jawohl jawohl ach du scheiße leute oh shit leute wir haben wir haben die kontrolle übernommen alter drei man so gefällt mir das das ist ein start mit m8 a1 würde ich mal so behaupten jawohl jawohl leute orbi so wie geil ist das denn das war ein wichser da unten ich so ein bastard aber auch leute das ist so bitter was ich da veranstalt es nervt so der typ wo sind die das ist so etwas cool Gut. WTF? Sie spawnen hinter mir. Leute, Mann. Ich bin hier schon wieder am sweaten. Oh, wie... Ja, Mann. Jawohl. Ja, Mann. No! Gesnipet, Alter. Richtig belastend. Was machen die da für Tänzchen? Boah, Alter. Ich hasse solchem Schild ohne Witz. Wenn es einer von euch macht, ey. Wenn er gegen mich spielt. Dann aber. Oh, mein Gott. Was war das denn für ein Schilder? 29,3. Momentan. Momentan. Wir verlieren Alpha. Wir verlieren Alpha. Denn die Missionszeit ist Passwort. Mega. Oh. 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 Er kommt. Teammates. Lass es mal noch. Safen. Kommt er sich eigentlich da rum. Zu 1000%. Oh, wie noch fresh gemacht. Oh, mein Gott. Will ich nicht mehr sterben. Okay, gut. Sind alle negativ im Gegner-Team? Oh. 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 Alter, was ist das denn? So, lala. Ziehen wir mal durch jetzt. Vielleicht ist hier noch eine Nuklear drin oder so. So. Oh, scheiß auf C. Aber er hat nur vier Gegner. Hehe. Was versucht er da? So. Alter. Oh, shit. Oh, wie. Raus. DMP-Systeme erwarten sie. Nein sind erschütte. Wir verlieren C. Gut. Ich hasse's. Wir verlieren C. Ich hasse's wirklich. Wie, die Pest. Wo ist denn der? Wo sind die alle jetzt hin? Ich finde niemand mehr. Unnachgiebig. Ach du Scheiße, Mann. Komm doch. Ach Scheiße, Mann, Leute. Ja, Skrupellos und unnachgiebig war dabei. M8A1 Power. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal mit Facecam. Lasst dafür schon mal einen Daumen nach oben da. Ja, das würde mich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ciao, Leute.